da kommt wieder die nächste händler armada an hier oben die bäume gehen langsam weg ok 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 wie sieht es hier aus aber voller wird es nicht wirklich na gut fisch haben wir hier schon jede menge ja gut wir haben auch hier zwei fischer fischer mit 24 die versorgen uns wirklich einträglich die werkzeug limit kleidungs limit setze ich jetzt auch mal auf 750 wir bekommen ja auch langsam paar mehr leute dazu um ja das ist das ist gut so mache ich das auch immer deswegen kann ich das auch so gut der liegt an was bringst du uns denn schönes ok nahrung vielen dank aber nein danke da haben wir gerade selber mehr als genug nahrungstechnisch hier ja die sind auch alle ganz gut befüllt und hier wird jetzt endlich gebaut endlich endlich wird gebaut und und hier wird es glaube ich etwas leerer könnten ja vielleicht noch ein bisschen kohle einladen aber wir haben sowieso schon so viel eingelagert kohle ist echt wenig da kann man vielleicht noch ein bisschen vorsorgen kohle wach 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 firewood ok leder matten roots stone warmcoat woolcoat wollte weizen nananana log eisen ist auch nur dumm fisch ist zu wenig auf jeden fall da muss noch mehr ran so viel fisch und in Homes gut, das mag schleichen in Storage nochmal kurz ja doch, das geht auch so erstmal in Ordnung gut, ich mach mal mit zu vielleicht sollte ich auch hier nochmal ein paar häuseln weil das hier noch ein paar mehr Leute den Marktplatz beanspruchen das wäre vielleicht auch gar nicht so eine so eine schlechte Idee vielleicht erstmal nochmal hier zwei Häuser erstmal so ein bisschen zumindest dort noch ein bisschen Weg 184 Mitglieder, das ist in Ordnung oh, und es wird jetzt auch schon fleißigst gerne ja, ich sehe schon hier das ist ganz gut geworden schon steigen haben wir immer noch ein bisschen was 1, 2, 3 machen wir die drei Häuser noch und dann haben wir das hier unten auch erstmal geklärt dann sparen wir wieder ein kleines bisschen ich bin ja schon fast der Meinung man könnte auch an Herbst ein bisschen sparen, äh, ja doch an Herbst ein bisschen was eindämmen okay, aber hier ihr könnt eigentlich langsam wieder was machen okay, Steinbruch ist gerade noch zu und hier ist Storage Barn bald, bald, bald fertig und hier haben wir auch noch dann später was zum Wegräumen hier oben, das wird auch langsam sehr langsam, aber immerhin hier wohnen ja gerade erst mal nur zwei Leute aber das reicht okay, das hier sieht alles sehr gut aus ja, der Marktplatz ist eben auch nur wieder sehr, sehr wenige Leute momentan versorgen aber ich brauche auch gerade nicht allzu viele neue Häuser da unsere Bevölkerung jetzt erst gewachsen ist und das auch erstmal wieder ein bisschen reicht ich will erstmal nur wieder vorbauen gerade hier oben noch ein paar kleine Felder mit hin vielleicht so zwei oder drei Stück wären ganz nett okay, gleich geschafft da werfen wir gleich nochmal einen Blick nach drüben und hier setze ich jeweils fünf Leute ein okay wir haben hier auch wieder viel Nahrung dazu bekommen und hier oben geht es auch schon los okay, der ist voll, da ist noch Platz dort oben ist dann auch noch Platz ja, hier guckt mal an wenn das nicht toll ist, dann weiß ich auch nicht so 24 von 20 okay, die haben noch ein kleines bisschen Zeit wow, wow echt viel drin hier guckt euch das an das erste fällt auch schon leer die anderen folgen auch schon bald wie ich das hier so fachmännisch einschätze und wenn ich das so richtig sehe, dann macht sich uns so umfassendes Renovierungsprogramm schon bezahlt ich hätte ja gerne nur noch ein paar Bäume drin aber gut, egal lassen wir erst mal so die Bäume kann man langsam anmachen, denke ich kann man dann vielleicht auch mal ein paar Leute irgendwo abziehen zum Beispiel aus Domine so hier ah, die Kirschen waren sogar aktiv okay dann müsste ich ja fast alle haben ich glaube hier noch nicht hier und ja, hier da, gut nee, ich habe noch nicht alle gehabt ich hätte jetzt jede Menge unterschlagen hätte ich das behauptet zum Glück hat es keiner gehört so besser so ist es besser was oi alter alter unser Nahrungslimit wir haben 100.000 Nahrung erreicht boah ich sage jetzt einfach mal 100 10.000 boah heftig 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 ich habe mich gerade schon gewundert was überall Pfeil ist, kann doch gar nicht sein und dann dann kommt sowas das ist wie ein kleiner Ameisenhaufen jede Menge Gewusel und alles funktioniert irgendwie ich finde es toll ich finde es toll ich finde es toll das hätte ich auch niemals so viele Folgen gemacht logischerweise so jetzt haben wir hier oben 5 Leute wie sieht es denn jetzt aus mit abernten ich hoffe es funktioniert ein bisschen besser dann stelle ich hier halt noch mehr Leute ein wenn es gar nicht geht gut Kohle brauche ich nicht Null Coat Leder Kart brauche ich davon wieder gar nichts dann das ist nochmal das Holz ok für Miner wenn wir Miner Trader Trader Blacksmith Farmer erscheint dieses mal irgendwie trotzdem zu funktionieren Vielleicht nicht ganz so gut, wie es Wie es hätte sein können Hallo, hallo, hallo Naja, gut Scheint zu gehen Scheint irgendwie zu funktionieren und etwas zu werden Aber wir haben schon wieder späten Herbst Und die Leute sind immer noch beschäftigt Hier unten, ach, hier weg, weg, weg Den noch nicht Okay, jetzt ist das eingetreten, was ich schon länger gedacht habe Jetzt haben wir nämlich wieder Winter Und hier ist wieder die ganze Das ganze Weizen auf dem Felder Und es kotzt mich, Entschuldigung, aber es kotzt mich ein bisschen an Weil es einfach so verdammt schade drum Ich denke, dann muss ich das hier nochmal ein bisschen abändern Weil das bricht mir jedes Jahr irgendwie ein bisschen das Herz Wenn man hier sieht, was dann alles so wegkommt davon Okay, was gibt's hier? Nein, danke Brauche ich auch nicht Das wäre auch schlimm So, jetzt haben wir hier 79% Okay 329 Leute insgesamt Kinder sind soweit noch in Ordnung, wenn ich das so sehe Das Haus hier ist jetzt das letzte erstmal Dann sieht das auch wieder hervorragend aus Hier unten, das ist doch eigentlich auch noch Haus, ne? Äh, Holz, ja Das ist auch noch Holz Sollte ich vielleicht nochmal ändern bei Gelegenheit Okay, jetzt sind noch die ganzen Baumfarmen an Und die beiden Felder So Ich hoffe, die 40 Leute kümmern sich jetzt oben um das Ganze, was weg muss Und währenddessen kümmere ich mich hier mal um die Felder So Keine Sorge, ich mache jetzt kein großes 15 mal 15 So, 15 mal 7 15 mal 7 Die anderen beiden könnte ich auch runterzumachen 7 Und 7 So Da habe ich jetzt aus den zwei Feldern eben mal 4 gemacht Da haben wir jetzt insgesamt auch nochmal mehr Leute Und da bauen wir Weed an Weed an Hier machen wir nochmal Weed Und hier drüben machen wir mal was anderes Dort machen wir mal Kartoffeln Rein theoretisch hatten wir jetzt 45 Leute, die hier oben was abbauen könnten Wie sieht es hier aus? Wird da? Ja, da wird Genau, hier sind jetzt auch schon ein paar schöne Sachen mit drin Das gefällt mir gut Food Limit Herb Limit Ich setze es mit dem Maskott mal ein bisschen runter Ah ja genau, ich wollte noch Alkohol einlagern Ich wollte gerne noch ein bisschen Alkohol einlagern Also Ale Muss ja nicht viel sein Aber so eine Kleinigkeit wäre da schon, denke ich, nicht verkehrt Ah, hier habe ich sogar schon 200 eingestellt, aber die es machen noch nichts Okay Aber ich glaube jetzt so ganz langsam Hier mache ich gerade mal 50 Und hier mache ich mal 25 überall Okay, hier nicht, der ist mir schon zu voll Hier auch nicht, der ist mir auch schon zu voll Oh, es fängt langsam an zu ruggeln Ah, nee, dass er noch voller Himmelswillen Nee Das kann ich gerade nicht machen Nee 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 Komm Na gut, ich denke, es ist mal wieder so weit Die Dreiviertelstunde, die obligatorische War schön Hat mir Spaß gemacht Und Vielen Dank fürs Zusehen Bis zur nächsten Folge Tschüss